Hallo meine Mäuse, es geht weiter mit Merblo Mario. Wir sind in der Mancha-Parade mit einem Sequel-Exit. Ich hoffe das mal nicht, dass er einfach das Level übernommen wurde. Dann hätte ich eigentlich rechnen können. Oh, was zum Teufel. War da gerade oben ein geisteskranker Mancha? Der irgendwo seine Anfälle gerade bekommt. Egal, habe ich nichts mit zu tun. Okay, ach da ist er. Hey, alles fit? Okay, landen, ging es rüber. Ja, das war die Klappen. Na, was? Ja. Boah, er ist ja bekloppt. Ist ja mehr eine Schack-Parade. Was ist denn, wenn ich das wirklich so mache? Dann habe ich den Schwung ein bisschen raus. Ah. Das bringt... Ja, alles nicht. Okay. Ich glaube die Schacks, die springen, wenn ich springe, oder? Ja, im Großen und Ganzen. Das heißt springen und laufen. Hey. Ich finde, man sieht ja immer so ein bisschen raus, was das für ein Original-Level war. Halt da jetzt mit der Pflanze, die ist halt auch so das erste Mal jetzt. Und das ist halt auch so typisch. Ich hoffe, es kam auch an dem Level das erste Mal. Also man erkennt das schon, was ich jetzt nicht unbedingt schlecht finde, aber das ist halt... Kann man den weg machen? Nein. Nein. Aber der stört auch nicht wirklich. Ich meine, helfen tut er zwar auch nicht, aber den kann man wirklich doch recht leicht umgehen. Ja, also den kann man wirklich... Dann hätte ich eine locker eine 4 oder eine 5. Eine 6 wäre jetzt ein bisschen über 7, aber... Obwohl schockieren würde ich mich auch nicht. Also... Oh, jetzt fällt noch gerade ein. Ich habe lange... Gut. Den hier nicht mehr gemacht. Tada! Okay, äh, sollte noch was passieren, weil ich habe auch noch ein Leben. Das war jetzt ein bisschen blöd. Ich hätte vorher mich Putti machen müssen, weil ich dann wieder 5 hatte, weil hier gerade eben gespeichert wurde, aber... Hab ich jetzt nicht. So, ich mache jetzt mal einfach so. Jetzt muss ich aber aufpassen, da läuft nämlich jetzt hoch, ja. Die sind nämlich wirklich geisteskrankte Dinger. Also es ist nicht nur auf den von eben bezogen, die sind alle haben irgendwie gerade ab. Aber kann ich den nicht austricksen? Aha, ich glaube, ich habe das Secret. Wenn nicht, dann, äh... Ich muss denn irgendwie gucken, dass der ein bisschen weiter reinläuft. Ah, das schaffe ich nicht. Ich hoffe, ihr wisst, was ich vorhabe. Ich habe vor, dass der mir daherläuft. Und dann auf den Manscha zum Stehen kommt. Dass ich den quasi als Trampoli benutzen kann. Ne, aber dass das klappt nicht. Also das muss ich gar nicht weiterprobieren. Aber ich kann von hier den Manscha-Sprung probieren, weil der mir doch ein bisschen leichter fällt. Dass ich dann oben halt auf die Wolken komme. Aber ich glaube... Okay, das ist... Das ist jetzt scheiße. Ne, okay, also das muss ich gar nicht weiterprobieren. Das heißt, ich muss dieses arme, verwirrte Wesen leider töten. Ich glaube, das hilft mir eh nicht wirklich zum Secret weiter. Und dann kommt da so eine Harry Potter-Kacke bei raus. Boah, dieses ewige Quick-Safe-Laden, das macht einen wahnsinnig. Das macht einen wirklich wahnsinnig. Oh, okay, 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 okay. Ganz schnell, ganz schnell, ganz... So, hier kann ich stehen bleiben. Die Linger kann man mit einem Drehsprung betreten. Ja, man sollte natürlich einen Drehsprung machen. Ja, man sollte natürlich einen Drehsprung machen. Mach jetzt einen Drehsprung, du der Kierklempner. So, die schießen, auch wenn ich draufstehe, das ist ein Kackiger. Okay, darum ist das Ziel... Okay, da unten rechts ist was. Ich weiß nicht, ob das nur die Landung fürs Ende ist, aber... Ich könnte mir gut vorstellen, dass es da vielleicht doch weitergeht. Ach, hier kann ich stehen, Tatsache, Tatsache. Oh, oh, six, 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 komm in die Hölle, oder was? Muss ich hier drin landen? Nee, das würde keinen Sinn mehr geben. Äpfuh. Ja, wie soll ich denn da drauf kommen? Also da bleibt mir eigentlich nur der Weg von oben. Einfach wie ein Geisteskrank von der Rechts. Und ja. Gut, dann gab es ja anscheinend doch einen Secret Exit. Also bedeutet, Rot ist tatsächlich Secret Exit. Wenn du wirklich alle Level übernommen hast, befürchte ich jetzt, dass ich in eine Wasser-Level-Scheiße komme. Ja, auch wieder mit einem Secret. Tauchstunden. Ja. Ich mache aber zuerst die Mancha-Parade aufs Neue. Ich werde das Secret Exit dann als aller, allerletztes machen. Da ist der Geisteskranke wieder. Weil ich einfach behaupte, dass das... Ja, das ist das Secret. Also ich denke mal, das ist auch das Secret, weil da waren auch wieder ein Secret. Ja, springen wäre ganz cool. Tschüss, du Volltrottel. Und das wäre jetzt auch nicht so schwer. Also das... War natürlich eine sehr knackige Schwierigkeit, gerade auch mal gar nicht drüber zu reden. Also das ist jetzt nicht wie ein anderer Mario World Tech oder sogar das Original, aber... Ich fand's jetzt nicht unschaffbar. Also das schwerste Level bis jetzt, ich weiß nicht, ob es wirklich das schwerste Level war, aber das war für mich wirklich die Borg. Das muss ich ganz klar sagen. Die schwerste Stelle war zwar im Wasser-Level, aber... Also das ging. Das ging wirklich. Vielleicht hatte ich doch einfach nur scheiße Glück. Aber ich fand wirklich, das ging. Mann. Ach, du blödes Schackvieh, ey. Du Schacknose mit Helm. Boah, warum springt das Kackding denn nicht? Ja, jetzt springst du, ne? Vor allem, hier ruckelt das stellenweise tierisch. Ja, toll. Ach man, das Ding will mich doch wirklich hier verarschen. Ach, ich bin auch so blöd, ne? Warum setze ich dann nicht einfach an Quicksave? Das Level gerade so fein gemacht, richtig fein, dass ich mir wirklich noch auf die Schulter geklopft habe. Und jetzt mach ich hier wieder so eine Schatze. Okay. Aber lang war das Level jetzt auch nicht. Weil ich hab da ja gerade schon fast das Ziel gesehen. Ja, slow. Slow, slow motion. Ja, der unten, der macht mir wirklich Angst, der Schack. Der ist wirklich abnormal. Aber da oben hätte ich jetzt wirklich das Secret vermutet. Aber dann hätte ich auf dem Ding auch nochmal ein Schack sein müssen. Das man den quasi als Katapult benutzt. Ah, der Schack ist weg. Was macht das Scheiße? Das Orientierungsproblem, oder was? So, ich warte jetzt hier auf dich. Ah, was mach ich? I'm here and waiting for you. Okay, das wär jetzt auch wieder eine Stelle. Also, dieses wirklich in mancher Einlochen, das ist weder mein Fetisch noch meine Kunst. Es gibt ja Leute, die haben dann so nicht unbedingt einen Fetisch, aber verdienen damit ihre Brötchen, die Dominas, ja? Die haben nicht unbedingt einen SM-Fetisch, oder sonst irgendwas, oder einen Bonded-Scheiß, aber die machen's halt. Aber ich bin hier wirklich, was das Mancher Einlochen angeht, also da bin ich wirklich, nee. Da muss man nicht drüber reden. Obwohl, das war jetzt sehr schön. Also, der Mancher hat, glaube ich, nichts gespürt beim Einbringen. Sollte es sein erstes Mal gewesen sein, dann war es sehr zart und einfühlsam. Okay. Na? Na, fein. Das ist doch wieder fein. Na, das wär's wieder beschissen. Das wär's ja nicht beschissen. So, hätten wir das Level die zweite. Ich guck mal, ob das dein... Ah, okay. Das andere Level könnte man zumindest noch anfangen. Äh. Ja. Ach, doch. Okay, spätestens jetzt hätte ich's wahrscheinlich selber gerafft mit dem Secret Exit, weil das dann doch ziemlich komisch ist, dass ich da weiter kann. Auch wieder ein Secret Exit. Ich hoffe, da sind wirklich überall Secret Exit. Nicht, dass du da einfach das vergessen hast, weil, äh. Das scheint mir doch alles ein bisschen viel für den Kaiser-Hack. Das ist ja die komplette Overworld. Ah, wie auch immer. Ah, dieser blöde Schack, ey. Das ist aber auch echt ein bisschen kacke, weil... Aber gut, ich glaube, der erwischt mich gar nicht. Und jetzt ist ja noch Autoscrolling. Das ist natürlich ganz toll mit dem Kaiser-Hack. Okay, aber um das Ding sollte ich mir keine Sorgen machen. Ach. Okay, also um das Ding... Ach, du kacke. Also hier hat wirklich jemand Spaß an Schacks. Dabei meine ich nicht mal diese coolen Schacks wie Schack Norris. Ich meine wirklich diese Scheißgenäle. Oh, den nehme ich mir mal mit. Das ist nämlich der Schacktöter. Fuck. Damit ist nämlich jeder Schack nach einem Schlag direkt am Arsch. Sollte man treffen. Mann, das so ruckelt. Und die Waffe ist wieder zu verwerten. Also... Sollte man Probleme mit Schacks haben, dann... Das Level, ich glaube, das wird mir überhaupt nicht gefallen, weil ich hasse Autoscrolling. Und ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich bin nicht so der riesen Kaizo-Fan. Das ist halt jetzt eine Mischung aus beiden. Ich meine, der Heck ist wirklich spielbar. Der ist wirklich gut. Macht auch wirklich Spaß. Aber ich... Also Kaizo liegt mir halt nicht so dermaßen. Ja, das ist natürlich sehr lustig. Das ist ja sehr lustig. Soll ich das denn hinbekommen? Da muss ich ja... Da muss ich ja total fix unterwegs sein. Das ist ja... Das ist ja jetzt wirklich... Naja, auf jeden Fall sind das halt die beiden Elemente, die ich super beschissenen Mario finde. Also nicht unbedingt beschissen, aber... Also Autoscrolling finde ich total beschissen. Autoscrolling und Wasser, das sind die beiden Sachen, die ich in Mario fast schon unnötig finde, weil... Man spielt einen Jump'n'Runner so ein bisschen, um schnell, schnell, schnell und nicht unbedingt an jeder Ecke zu warten. Das hat man halt gerade beim Autoscrolling oder beim Wasser extrem, dass man halt warten muss. Außer es ist jetzt so Wasser wie bei Sonic oder so, wo man wirklich durchflitzen kann, aber... Dieses typische Super Mario World Wasser, das ist überhaupt nicht meins. Also ich frage mich jetzt trotzdem gerade echt nach, wie ich das machen soll. Boah, okay, okay. Ich nehme alles zurück, also es ist schaffbar. Ich hätte es jetzt nicht gedacht. Ich glaube, hier warte ich einfach mal. Gucken, was dahinter ist. Okay, das ist wieder so eine ähnliche Stelle wie im Wasserlevel, nur ein bisschen vereinfacht. Das Autoscrolling wird auch gerade hier langsamer. Also das ist wirklich schaffbar, da muss man nicht drüber reden. Okay, jetzt habe ich anscheinend zu lange gewartet, dass Autoscrolling nicht hier wieder schneller wird. So, hier war's gut. Das blöde ist, ob man weiß nicht, ob das Vieh springt. Und das muss man so ein bisschen wissen, weil man dann den Sprung anpassen muss. Aber jetzt springt es aber immer. Boah, ist das ein behindertes Scheißvieh. Anders kann man es nicht nennen. Bräuchst gerade echt, dass es nur ein Jump'n'Run ist, nicht ein Jump'n'Kill. Oder was man irgendwie mit so einem Attentat auf das Ding springen kann. Diese dämischen Sharks. Brauch' ich den Shack überhaupt? Boah! Mehr Glück als... Oh, 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 das Fuck, wie jagt mich? Mehr Glück als alles andere, aber es ist geschafft. So. Der Hammerbruder ist wieder da, weil der klare Bild war raus. Okay, das kann ich... Das ist auf jeden Fall eine Stelle, die kann ich umgehen. Also hier unten dieses Langlaufen. Ich muss nur seitlich beim Shack aufkommen, ja. So, hab ich ein bisschen Scrolling... Äh, herausziehen können. Okay, also da muss ich auch wieder unten lang. Wahrscheinlich von hier oben. Nee. Kann man das nicht schaffen, jetzt mal ohne Scheiß. Ich wenn hier ein Shack stehen würde, das wäre so schön. Jetzt wahrscheinlich eine Stelle, wo man im letzten Moment wieder eine Sprungbewegung machen muss. Nee, aber irgendwie... Was ist denn, wenn ich hier ein bisschen Running Speed bekomme? Nee, auch nicht. Ah! Ah, ich stand! Natürlich kriege ich nicht genau diesen Moment zurück, wie ich da stehe. Aber gut, das ist anscheinend... Weiß jetzt nicht wie, aber... Durchlaufen und ein bisschen Glück schaffe... Macht zwar überhaupt keinen Sinn, aber ich hab grad in der Luft den Drehsprung gedrückt und irgendwie... Komme ich damit was weiter... ...komme ich damit was weiter... ...wird zurückgesperrt... Nee, das ist kein Unterschied, das ist ja nur... ...Placebo-Einbildungen, die ich mir widerfahre, was ist denn... Nee, einfach schieben, das bringt's auch nicht. Also, wenn ich jetzt wirklich Mario... Ich würde auf die alte scheißen... Ich würde mir wirklich, keine Ahnung, einen Goomba oder so nehmen, aber ich würde die ganze Kacke hier nicht auf mich nehmen. Das ist ja... ...abnormal. Kann ich auf einem... ...ääh... ...auf einer Shell eigentlich... Nee, auf einer Shell kann ich nicht drauf springen. Jetzt hätte ich mir eine Shell... Also, hätte ich ein bisschen... ...gerewindelt, aber so weit komme ich jetzt nicht mehr zurück. Ich hätte mir einfach eine Shell geholt. Naja, das... ...das ist knapp, aber... ...das hat ja wahrscheinlich der Heckersteller so oft getestet, dass das wirklich auf den Millimeter... ...nicht klappt. Ach, manchmal bin ich auch so dämlich. Ich musste einfach nur beim Laufen springen gedrückt halten. Okay, hätten wir das Sample auch noch geschafft. Super. Super. King Manchas Haustier. Da bin ich aber gespannt. Allerdings bin ich erst im nächsten Part gespannt. Ich hoffe, wir sind beim nächsten Part wieder. Ich würde mich tierisch freuen, wenn ihr mit dem Link auch gerne dabei seht. Ich muss ins Bett. Wir sehen uns. Und da bin ich. Ichすücke. cute. Ich muss es ja nicht wieder schauen. Und da bin ich auch gleich zu ihm. Ich bin deswegen schon mal wieder gefallen. Das ist es nieklar. Ich muss alles ganz schön bin. Vielen Dank.